Ja, ich war jetzt in einem Panel, wo es um Finanzkommunikation geht. Und Finanzkommunikation ist ja irrsinnig in die Krise gekommen, weil die Finanzindustrie in die Krise gekommen ist. Und es waren Panelisten, die von großen Instituten, also der Allianz oder auch der Genossenschaftsbank, dem Spitzeninstitut waren. Und ich glaube, dass man zumindest in der Analyse einen Schritt weitergekommen ist. Ich bin zum zweiten Mal jetzt da. Ich glaube, das hat sich professionalisiert. Ich glaube, ja, auch diese Branche hat jetzt hier ihr Forum gefunden, wo sie sich miteinander austauschen kann. Ich gehöre auch Journalisten nicht dazu. Aber das sind quasi, ich bin Kunde dieser Branche oder das sind umgekehrt meine Kunden. Und das nützt mir auch, wenn die professioneller werden, dann sind die Produkte, die ich von dieser Branche bekomme, professioneller und besser. Das finde ich gut. Also ich hatte auch den Eindruck, dass es eine gute Mischung gibt zwischen inhaltlicher Arbeit in den Foren und bei den Vorträgen und zugleich Networking, sich austauschen auf den Flur. Und da spricht auch dafür, dass die Räumlichkeiten hier aus meiner Sicht geeignet sind. Ich bin jetzt kein großer Kontextnehmer, dass ich es mit vielen vergleichen kann. Aber soweit ich es hier erlebe, finde ich, das ist eine gute Atmosphäre. Auch da sehe ich, dass sie immer professioneller wird. Sie wird auch immer größer. Das ist zugleich ein Problem, weil zumindest den Zeitungen ist im Moment ja nicht sonderlich. Die Zeitungsredaktionen schrumpfen aber auch andere Medien. Und ein bisschen ist die Gefahr, da sind nun nicht die Kommunikatoren dran schuld, aber dass es ein Ungleichgewicht gibt, dass man einer überlegenen, allein schon von der Stärke der Leute einer überlegenen Branche gegenübersteht. Und dass es nicht ganz leicht ist, sich dagegen zu behaupten, zumal die Anreize aus dem Journalismus zu wechseln in die Kommunikationsbranche immer größer werden. Das sind bessere Arbeitsplatzversprechen und bessere Bezahlungen. Auch von daher habe ich vielleicht mal Sorge, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein Stirn wunzeln, ob die Balance noch in Ordnung ist. 2. 2. 2. 3. 10.